so ich muss jetzt mal schauen ich würde eventuell hier unten die ganzen gefängnisse abbauen können wir mal schlafen gehen bitte weiß es nacht und ich will halt nicht dass irgendwas kaputt geht meine nase regt mich grad so auf oder neu aufnehmen und schon schon macht meine nase was er will woran liegt das eigentlich manchmal bei minecraft dass die ganzen buchstaben und irgendwelchen namen und so weit auseinander sind auseinander wie jetzt ja so weit auseinander das sieht voll fail aus wo meinst du jetzt meinst du jetzt über deinen namen oder wo meinst du jetzt ja zum beispiel wenn ich jetzt abdrücke und die liste anzeigen mit den pinks sind wir alle normal auseinander wenn ich im hauptmenü bin also das sind bei mir alle normal das habe ich zwischendurch mal das problem keine ahnung und das wasser sieht so komisch grau aus die probleme habe ich alle gar nicht sonst musst du irgendwie mal minecraft für die installieren oder irgendwas java updaten kann ja vielleicht daran liegen hatte ich gerne kurz raus und schade das mal bei minecraft und nicht über magic launcher aber ich hab das problem komischerweise nicht ach schon wieder ich update jetzt einfach minecraft ja du nimmst ja nicht auf und daher geht es doch oder okay das habe ich in einem unbekannten land war eine genie ganz bekannt so schaut es aus ich kam letztens ne idee was wir bauen könnten was denn auch wir können irgendwo na peter uhr klar hogwarts tun die eben das zusammen cheaten wie immer bau du machen wir sehen es dann in folge eine million ja und okay passt doch ne äh wir können irgendwo ein bisschen weiter weg gehen ans meer und so eine art so inselparadies bauen mit so ferienhäusern und swimming pools und so was okay falls ihr bock habt ähm also sagen mit einer bahn also dass du mit der bahn dann hinfährst oder was ja aber die halt erst irgendwann später bauen ja oder cheaten ne nix damit cheaten aber das ist eine gute idee mal gucken für jeden ein ferienhaus und keine ahnung so ein bisschen ich brauche nicht alleine wohnen bauen wir ein großes ferienhaus für alle wo jeder sein zimmer hat finde ich gut yay okay du schläfst im keller peter ja bauen wir mal eine riesige badewanne so schützt die erde her achso gut sag mal wo sind denn die ganzen achso du hast die ganzen weizen äh koch ich klau mir mal von dir ein paar weizen du hast doch bestimmt schon ein paar die gut sind oder nein ich meine jetzt vom feld auf dem feld mhm ja ja da sind weil das sind ja so viele fertig ein paar gute hä hast du das schon aktiviert dass das Wasser durchläuft nein es hat von hier drüben so aus deswegen erstmal nachgucken ob da irgendetwas falsch ist klar doch äh wieso ist denn das achso das hat der jan letztes Mal angemacht stimmt hier unten läuft übrigens das Wasser raus ne ja da hat letzte Folge ein Creeper seine seinen Spaß gehabt gut okay ne jetzt geht hä die F ich hab doch alles ausgemacht oh ist denn hier verkehrt das sind ja auch bestimmt dann die ganzen weizen weg ne ja das ist richtig weil das liegt ja jetzt schon längere Zeit dort na okay magst du unten den Schalter ausmachen wo ähm in der Mitte vom Feld genau hallo ist aus aber jetzt leuchtet das alles also jetzt ist eigentlich jetzt müsste der nämlich an sein jetzt ist er aus weißt du weil wenn der leuchtet ist er ja aus äh wenn der leuchtet ist er ja an aber hier läuft irgendwas ganz verkehrt weil wenn du den deswegen so ausmachst geht nur der ganz links aus okay dann hast du die Redstone Schaltung irgendwie falsch gebaut ja na da hab ich ja letztes mal gar nicht dran rum ach ja ne da war ein Küper deswegen ist das kaputt hier ne 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 achtung Bus okay das war kein Bus das war ein LKW alter bei mir fällt manchmal nachts wenn ich pennen will über die Straße etwas das hört sich an wie ein Panzer das hast du letztens schon gesagt ja ohne Witz ich bin noch nie aufgestanden um nachzugucken aber das ist bestimmt ein Panzer vielleicht ist es ja ein Panzer wer weiß wer weiß nein aus dem Fenster gucken jetzt erscheinen die Russen kommen ne 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 so so Redstone Schaltung geht trotzdem nicht äh wer geht noch mal ein Repeater äh Minecraft Wikipedia oh da muss ich auch schon wieder raustappen der Scheiß wenn Tom nicht da ist ne ja oder Jan die beiden die sich damit auskennen ja dann bleibt das Feld halt erstmal Tom hat mehr Ahnung lass dir ja nicht die Folge Tom sehen äh Jan sehen was naja dass du das gesagt hast ach so an der Stelle Jan wenn du das siehst grüß dich Minion da guckt er es eh nicht wollen wir wetten wir müssen den jetzt mal doch der guckt die Folgen der guckt die Folgen ach glaube ich doch wir haben die auch geguckt wo ich in Hamburg war klar auch zum großen Fernseher wir dritten bei Jan auf der Couch und haben die Folgen geguckt ja wo ihr in Hamburg wart ja als ob der das alleine guckt da geht lieber da geht lieber Ingress spielen was ich ne ich hab ihn doch gefragt ob er die auch so guckt er meinte er guckt die ja 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 auch als ich bei Jan gehaust gewohnt gedünst hatte da haben wir die auch abends einfach geschaut ja 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 ohne Sheet wir haben die sogar ich glaube euch kein Wort wir haben die sogar wir haben die auch bei Fox im Büro auf dem Beamer geguckt beim Pizzaessen ja das das ist das ist krank davon wiederum haben wir ein Foto Frau Flaschengeist das stimmt ist das so ja ja alles auf Foto naja mal gucken ah wo wir wetten dass genau hier ein Huhn rauskommt ey ist auch so klar ne Drecksviecher wo ist es jetzt hin komm ja ich glaube ich geh gleich auch nochmal ne Runde raus wie raus ganz raus ins reale Leben ins reale Leben um wieder um zu zocken du bist halt auch so ein Ingress suchti geworden ja Sigi weißt du ohne Scheiße ich würde es ja auch naja man spielt es halt ach man spielt es halt heute zum Beispiel ja okay ich bin halt nach Düsseldorf gefahren um Ingress zu spielen da gibt es mehr Portale ich würde es auch machen aber ich habe keine Samsung Galaxy du brauchst nur ein Android Gerät ja habe ich aber nicht alter ich will aufnehmen ich spacklos da draußen häng nächstes mal so eine Fahne aus deinem Fenster auf aber bitte ruhig ja echt kann auch nicht angehen was baust du da Peter äh die Anlage aha so ich gehe jetzt mal ne Runde ins Neter warte warte ich komme mit Peter weil ich würde Level 6 und Level 30 machen ja warte ich guck mal ob ich gute Ausrüstung habe okay habe ich auf geht's bist du schon drin? ne ich bin hier gerade das Chaos weg machen was Toma gemacht hat so ähm es wird Nacht warum jetzt noch schnell schlafen gehen damit ähm Koch wir gehen in den Neter gut okay gut ich bin drin ja geht halt ne tschüss warte ich bin gleich da weißt du das ist hier Demokratie totale Abstimmung und so juhu hinter dir boah ich habe immer Angst im Neter warum? weil ich voll oft schon verreckt bin im Neter jo ich habe mir aber ein Waypoint gemacht hier das ist eigentlich ganz cool warte auf mich du weißt gar nicht wo ich langgegangen bin ich habe gerade einen Namen Ada hallo oh Gott ich habe keine Ahnung wo ich hier lang ich gehe einfach mal hier lang okay das sieht es aus wird es einfach abgrund sein ach du scheiße ach du heilige Johannes warte hier hier geht's ne hier ist kacke ne hier geht's nicht weiter warte ja wir bauen uns einfach nach oben ne ich wollte mich hier rüber bauen ah okay voll das Abenteuer hier das erinnert mich gerade ein bisschen an äh der Hobbit wo die über die Berge gehen weißt was ich meine ja ja da ist ganz viel Quartz oh ich sehe schon meinen Level 30 Quartz ich sehe schon den Lauf Quartz Level 30 ich komme wieso habe ich so komische Lederhosen fuck wääh lol das war es wohl schon ne da oben ist es nochmal oh hier drüben guck mal wenn du hier guckst da siehst du jetzt ganz viel siehst du das wie schnell das geht keine Ahnung what the fuck ja jetzt das ist erstmal das Schnee-Tag-Quartz echt oh mein Gott ich bin so aufgeregt so jetzt muss ich aber wieder aber die geht Party ne das sind ganz normale Autos der Fox ging letztens Party wieso also bei seinen Nachbarn okay die Nachbarn die Nachbarn hat eine Karaoke Party gemacht ach du scheiße wir haben die ganze Zeit hier Dings gesungen von oh wie heißt das nochmal dieses wuhu ach ja das so ach so Blur oder so Blur Song 2 genau Achtung hier Waves pass auf da kommt die Lava runter oh lalalalalalala wir hätten Wasser mitnehmen sollen hätte hätte Fahrradkette du meinst das funktioniert dass man den ganzen Nähter einfach aus Dingsen kann aus ganze Lava einfach weg klar ciao 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 Vielen Dank.